hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge waldhalla hills lange ist her für mich hat eine zeit gedauert irgendwie bin ich nicht dazu gekommen zu spielen aber das macht auch nichts heute machen wir endlich mal mit der karte vom letzten mal weiter die brauerei also ich habe sie ausgeschaltet wie sieht es bei dir aus du hast momentan nichts wohnhütte okay du hast auch nichts da gut aber wir schalten die brauerei mal ein weil wir müssen uns jetzt ja in kürze noch mal darum können ein paar krieger zu haben dass man die karte endlich vorbeibringen letzte folge war ja ziemlich lang aber macht auch nicht so soll man jetzt nach oben gucken das ist noch ein weiter weg ein paar häschen na gut so was man auf jeden fall machen sollten ist da oben arbeitslos okay arbeitslos schwieriges spiel was ist das für ein erfolg und zwar wollen wir für das militär ein nachschublager bauen und zwar bauen wir das wo bauen wir das hin da vielleicht wie weit müssen wir denn überhaupt bis dahin gut dann sollten wir das vielleicht hier hin bauen genau und dann bauen wir ein kampflager hin das machen wir jetzt erstmal da unten hin auf eine grüne fläche nicht kampflager ein armeelager machen wir gleich ein großes schwupp und dann schauen wir mal ob das funktioniert theoretisch müsste ich sagen ich glaube material müssen wir genug haben das ist sogar alles vorrätig hier das ist sehr schön und dann sollten wir uns eventuell noch eine ein wohnzelt oder eine wohnhütte ein wohnzelt machen wir uns gleich da unten rein sehen dann haben wir das auf jeden fall schon mal so der kurier ist in der nähe den kurier werden wir dann umstellen und zwar da unten liegt es noch ein bisschen holz rum und zwar werden wir wo haben wir denn da ist der kurier den einen kurier werden wir dann hier hinsetzen irgendwo wobei da ist schon einer genau den lassen wir da sitzen und den werden wir dann da oben in das nachschublager reinpacken das wird jetzt im moment dauern wir können das hier mal ein bisschen beschleunigen genau spielt keine rolle so das armeelager haben wir ok das weg das weg das weg fertig 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 sehr gut so wie wir sehen das sind schon leute unterwegs die das noch aufbauen das ist ok so und hier armee man hier armeelager der hat hunger gehabt hoffe ich okay sehr gut da haben wir aktuell eine axt eine stein axt gut dann sollten wir uns hier mal ein paar wikinger nehmen wie sieht es bei uns da waffenbauer aus fünf stück können wir uns auf jeden fall schon mal fünf fünf axt leute holen die könnten sich wahrscheinlich gleich ja gebäude ist fertig sehr gut mal einen schluck aus dem kaffeepot nehmen prüfen gut ok der erste zwei drei drei haben noch nichts der eine die eine geht schon jawohl und dann versuchen wir nochmal dreimal bogen genau weil eigentlich fälle haben wir die frage ist bloß noch was war das zweite was wir brauchen stöcke ok das könnte unter umständen der kurier bringen ja das steht schon auf der wunschliste dreimal wunderbar frage ist ob es natürlich dann dabei hat so wie sieht es mit der brauerei aus applizier weiß wunsch von se marine 醫 mal k Komm, die haben noch keine. Hat der Kurier jetzt endlich was gebracht? Noch nicht anscheinend. Na und, wie sieht's aus? Haben wir? Immer noch nicht. Mann. Ich brauch doch bloß drei Äste. Da kommt Jörn. So, nochmal einen Schluck Kaffee. Kann man die da wegmachen? Hm. Kriegt ihr jetzt noch eure Äste oder nicht? Ich glaub fast nicht. Aber da fehlt uns tatsächlich beim Waffenmacher, das ist nämlich das, was mich noch ein bisschen wurbt. Es wäre schön, wenn wir es hätten. Beim Waffenmacher nämlich noch die Möglichkeit, Pfeil und Bogen zu machen. Aber wisst ihr was? Bevor das jetzt schief geht, machen wir das da hier. Bewegen. So. Kann ich das hier nochmal hinsetzen? Doch, da. Da kann ich auch hinsetzen. Direkt hier hin. Ja. Zack. Und dann machen wir den Weg mal weiter. Bis hier hin. Mal abwarten. Da sind sie. Das Nachschublager hat eigentlich gar nichts da im Moment. Das ist natürlich doof. Aber gut, wir müssen es einfach mal wagen. So. Können wir jetzt? Nein, noch nicht. Dann müssen wir es noch weiter bewegen, ha? Komm. Was sind wir für feige Wikinger hier? Immer noch nicht. Doch, jetzt. Ah, da haben wir schon die ersten Kämpfe. Zehn Fisch. Hm. Nein, das machen wir nicht. Ich glaube, wir haben genügend Krieger da. So. Öffne Portal. Komm. Jawoll. Immer druff hier. Wenn ich noch irgendwas sehen würde. Aber na gut, egal. Hm. Es hat ja super geklappt. Schnell, wie ich gedacht habe. Deswegen Portal betreten und nächste Mission starten. Jawoll. Wir haben neue Erfolge vorgestellt. Das schwierige Spiel. Die Mindestgrößenerhöhung auf 2. Wohnhaus. Abgründe. Felsgrund. Große. Küche. Oh, Küche klingt gut. Die Küche sorgt für Aufwechslung im Speiseplan. Wenn eine Küche in der Nähe ist, werden die Wikinger die dort zubereitete Nahrung bevorzugen. Das ist sehr gut. Hoher Sockel. Einen steilen Hengen ausgerichtet. Götter zu haben. Aus dem Talen kommt ein Steil. Und ein zweiter Kurier. Na, das ist doch super. Schauen wir uns mal die nächste Karte gleich an. Da haben wir es. Ja. So. Zuerst mal pausieren wir das Spiel. Gucken wir uns hier mal um. Ähm. Da unten wäre es schon sehr gut möglich, was zu machen. Da haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Jetzt schauen wir mal, was da oben alles noch ist. Bis dahin. Oh, 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 oh. Eisgolems. Zwei Stück gleich. Und das gleich zu Start haben wir hier noch anderes Getier. Ein paar Häschen. Bären habe ich noch keine gesehen. Das wäre auch gut so. Für mich. Häschen. Okay. Gut. Lassen wir es mal laufen. Produktion Holzfeller. Ähm. Da kann ich irgendwo hinbauen. Super. Da kann ich hinbauen. Super. Ähm. Hier. Mach mal. Ein Holzfeller. Damit müssen wir immer anfangen. Und einen Steinbruch. Hm. Da haben wir keine weitere Möglichkeit. Da hinten noch. Das ist aber doof. Da haben wir fast kein Bauland. Mach mal. Da hinten noch. Das ist doof. Gefällt mir nicht. Da haben wir echt keine Möglichkeiten. Da hinten noch. Aber da haben wir wenigstens ein paar Bärenbüsche. Okay. Das ist doof. Na gut. Machen wir mal da hin. Dem Holzfeller geben wir gleich noch einen Hackblock. Hier hin. Und dem Steinbruch geben wir gleich noch einen Hackblock. Dann geben wir noch den Stein mit. So. Wege lassen wir es mal außen vor. Lassen wir es die mal machen. Okay. Jetzt geht es schon los. Dann. Könnten wir uns schon mal überlegen. in der Farm irgendwo hinzubauen. Die Farm kann ein bisschen außerhalb sein. Dann kommt noch die Mühle und die Bäckerei. Farm. Mühle. Und die Bäckerei. Die machen wir hier hin. Moment. Ausschalten. Das könnt ihr schon mal bauen. Dann kommt ein großes zentrales Lager. Hätte ich gesagt. Hier in die Mitte. Großes Lager. Hier hin. Genau. Und jetzt müssen wir mal schauen. dass wir noch den Bäcker irgendwo hier hinkriegen. Dahin. So. Und dann eventuell vielleicht sogar noch einen Fischer. Hier irgendwo. Hier noch einen Fischer. Ist zwar weiter weg vom Lager. Aber ist okay. Und eine Küche werden wir uns auch noch bauen. So weit ist es glaube ich ganz okay. Okay. Genau. Das hier schalten wir nochmal aus. Und das hier schalten wir auch nochmal aus. Und dann kommen wir uns gleich noch einen Jäger. Hier. Der hier ein großes Gebiet abdeckt. Genau. So. Vom Jäger. Bauen wir einen Weg hier hin. Hier hin. Hier hin. Und dann bauen wir noch einen Pfad von hier, äh, Pfad von hier nach hier und nochmal zum Fischer. Gut, dann haben wir das schon mal. Ach, die Häschen gucken uns zu beim Bauen, das ist schön. So, die Mühle ist noch außen vor, der Jäger ist unter Konstruktion und der ist unter Konstruktion. Sehr gut. Dann könnte man nochmal schauen, ob man theoretisch gleich noch, ähm, ein Wohnzelt bringt zwar nicht ganz so viel, aber immerhin. Da haben wir noch ein Plätzchen. Schwupp. Ein Wohnzelt. Und dann, da ist der zweite Kurier und wo ist die Küche? Da haben wir die Küche. Okay. Zwei Planken, zwei Steinquader. Okay. Hm, warten wir nochmal damit ab. Jetzt versuchen wir erstmal die Produktionsketten da unten nach und nach aufzubauen. Dazu geben wir hier mal ein bisschen Stoff. Ein bisschen. Ah, Wusel, Wusel. Hm. Wie bitte? Da haben wir Eisbären. Oh, 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 Eisbären. Nicht gut? Hoffentlich kommen sie uns nicht zu nahe. Da wären übrigens noch Steine. Okay, der hat, macht ihr überhaupt was? Ihr könntet mal von da das Material holen und ins Lager packen. Den Fischer schaut mal schon mal an. Und der braucht wieder mal zwei Planken. Und da brauchen wir die Planken natürlich vom Holzfüller. Der wird mal viel zu langsam arbeitet. Sollen wir uns vielleicht gleich noch einen zweiten Holzfüller bauen? Wie sieht es denn überhaupt aus? Schauen wir mal. Ja, ist ja gut. Wir haben schon zehn von zehn. Dann sollten wir das da anlassen. Und das da erstmal ausschalten. Genau, dass wir erstmal hier wieder ein paar Leute haben. Der Rest ist ja aus, ne? Ja. Okay. Na komm, mach den Jäger fertig. Zwei Holzplanken. Oh, oh, da gehen die ersten Schritten. Das ist nicht gut. Nicht auf den Eisbären gehen. Nicht auf den Eisbären. Nein. Hau ab. Haut ab. Oh Mann, seid ihr doof. Ihr werdet alle sterben. Verdammt der Axt. Ja, super. Ah. Muss ich jetzt tatsächlich schon das erste Heerlager bauen? Zwei Holz, zwei Lieder. Hammer da. Bin ich mir sicher. So. Bauen wir hier hin. Das ist natürlich doof, wenn uns die Leute jetzt wegsterben, weil dann haben wir ein bisschen weniger Leute noch zur Verfügung. Und wir brauchen definitiv noch einen Holzfäller. Mit einem Hackblock. Da war noch ein Plätzchen. Aber kein Platz für einen Hackblock. Das ist natürlich alles immer schwieriger, das Zeug zu platzieren. Ey, komm, mach doch mal hin hier. Okay. Das Wohnzelt nimmt langsam Gestalt an. Da kommt der letzte Holzblock. Jawohl, das Wohnzelt steht. Da können die Ersten jetzt einziehen. Sehr gut. Jetzt brauchen wir hier noch eine Planke bitte. Eine Planke bitte. Dafür noch zwei Fälle. Jawohl. Der Jäger ist fertig. Und jetzt noch bitte eine Planke fürs Lager, äh, fürs Waffen, Armeelager so rum. Und da kommt zwei Fälle. Liegt die nicht nur irgendwo rum? Da drüben liegen Fälle rum. Naja, ist weit weg. Könntet ihr mal bitte im Zentrallager? Zwei Träger. Machen wir mal noch einen weiteren Lagerarbeiter dazu, genau. Vielleicht schafft der es ja das Zeug daran zu karren, was da drüben alles liegt. Die Spinnen da drüben ringt, wie ist es mir unfassend oder was? Eieieiei. Da liegt so viel Material rum. Abholen bitte. Muss ich euch jetzt so einbauen. Ich brauche euch mal ein Wiccan. Vielleicht holt das ja dann ab. So. Da wird jetzt dann schon das erste Weizen angebohrt. Sehr gut. Das heißt, wir könnten hier schon mal anfangen, die Mühle zu bauen. Jo. Was haben wir denn hier alles? Eisenerz. Oh, Kohle. Köhler. Amboss. Golderz. Goldschmied. Bogenmacher. Eisriesen. Huh. Wikinger-Nachschub. Stadtportal. Gestorben. Einer. Bis jetzt. Okay. Speer. Arbeitslos. Gebäude fertig. Warde fehlt. Attackiert. Gestorben. Zwei Leute gestorben. Das ist nicht gut. So. Dann bitte noch einen Axt Menschen. Halt. Und einen Bogen machen wir mal so. In der Hoffnung, dass wir hier weiterkommen. Da haben wir auf jeden Fall jetzt Krieger, die hier anfangen. Hoffe ich. Jette ist Krieger, ja. Hat aber nichts dabei. Na super. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Eisbären werden mich komplett fertig machen. Zwei. Super. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ich werde hier ein großes Problem kriegen. Ich werde zu wenig Wikinger haben. Am Schluss. Na gut. Warifeld. Warifeld. Nicht in den Wald gehen, Lara. Nicht in den Wald gehen. Oh nein. Die wird auch sterben. Super. Oh Gott. Ich würde sagen, die Karte wird ziemlich übel für mich ausgehen. Wikinger Kapazität 14. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, irgendwo noch einen. So. Dann kannst du schon mal werden. Dann können wir hier den Fischer schon mal anschalten. Und hier den. Warten wir noch, bis die Mühle fertig ist. Ja, ist ja gut. Ich bin ja gerade dabei, hier zu arbeiten. Mensch, Leute. Schauen wir mal. Also, das sieht gut aus. Das warten wir noch ab. Die Bären hier sind hart. Wohin kann man das bewegen? Da hin. Da hin. Genau. So. Dann dürften hier nämlich erstmal. Gebäude fertig. Warifeld. Zagga, zagga, zagga. Arbeitslos. Du kriegst Arbeit. Noch eine Axt. Und noch einen Bogen. Dann macht mal. Stöcke und Felle haben wir da. Und ich fiele aber ein bisschen. Fleisch und Leder. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Momentan nichts. Dauert noch ein bisschen, bis die Farm abwirft. Oh, der eine Bär ist fast tot. Dafür sind bei mir auch schon jede Menge Wikinger gestorben. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir dann die ersten Kriege ausgerüstet. Irgendw captions care. Untertitelung des ZDF für funk, 2017